Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spyro The Reignited Trilogy im zweiten Teil von der Trilogie. Diesmal auch mit adäquatem Sound. Ja, das ist schon peinlich gewesen im letzten Teil, also in der letzten Aufnahme, dass ich zu spät gemerkt habe, dass der In-Game Sound doppelt war. Und wie versprochen werden wir uns jetzt dieser Welt widmen, also diesem Level. Ach, ich hab jetzt eigentlich keine Lust drauf, ne, weil ich war der Meinung, dass der Scheiße war. Ich kann mich aber auch irren, ne. Das kann natürlich auch alles sein. Mal kurz... Ja, okay, alles klar. Also wir gehen mal rein in die gute Stube. Mal gucken, was hier so an Sequenz auf uns wartet. Mal mal ein paar Spins machen hier, um cool zu sein. Na komm. Lad mal schneller. So, dann sind wir da. Mal in der Einöde von Scalar, so wie dieses Ding hieß. Dann reden wir mit uns um... Alles klar, Gronkh. Das wusste ich noch, dass man diese Viecher irgendwie mit diesen Steinen treffen muss. Was bist du jetzt von mir? Hast du eine Kamera in der Hand? Junge, du bist... Alter, warum hat er eine Kamera in der Hand? Ich dachte, wir sind hier irgendwie bei Höhlenmenschen, ne? Als ob das so nach oben schießt. Als ob... Okay, grad stelle ich mich echt dumm an. Alter, Invertierung. Fetzt auf jeden Fall, nicht. So, hier unten. Was ist hier unten los? Den kann ich bestimmt nicht grillen, ne? Genau, den muss man rammen. Ich mein, der Typ besteht aus Stein und Feuer. Also, die Chance, dass man den grillen kann, ist relativ gering. Und die kann man kaputt machen, die Kakteen. Wenn die dann kaputt gehen, also sterben, die springen, setzten die jetzt auch nochmal so ein Feuer-Dingens aus, ne? Jetzt nicht. Nur vorhin anscheinend. Das ist interessant. Du bist Leben für uns. Du bist Gesundheit, ja. Also müssen wir jetzt... Was sind das? Echsen... Echsengrillen. Ja, ne? Ist machbar. So. Im ersten Bereich haben wir jetzt nichts übersehen. Das da hinten kommt wahrscheinlich erst später. Und das da oben sieht sehr nach einer Aufgabe aus. Die wir aber wahrscheinlich schon lösen können, ne? Wir haben ja jetzt diese Steine. Die wir fressen können. So, Kollege. Und der droppt jetzt, das Zeug. Eins von acht. Haha. Lustig. Oh. Feuerwerkskörper. Mit einem Zehner drin. Ist immer schön. So. Die greifen auch nicht an, ne? Die Dinger. Die halten bloß ihren... Knochen so im Mund. Na gut, halten. Nicht wirklich, aber... Okay. Die gehen nicht kaputt. Die kann man nur rösten. Aber die gehen kaputt. Wird bestimmt wieder so ein Stilpunkt sein. Also so ein Skillpunkt, wie die eigentlich mal hießen. Und heißen jetzt hier Skillpoints? Ich glaube... So. So. Stirb und stirb. Ist ja easy. Okay. Dann war das doch nicht das Level wahrscheinlich. Was ist das denn? Ah, warte mal. Ich hab da so eine Idee. Weiß hier, dass es Zeug wieder gibt. Reicht das, wenn ich gerade ausschieße? Das reicht. Ich muss nicht erst zählen. Das geht doch so. Und? Oh, Alter, was hältst du denn nun aus? So. Und rüber geht's. Und du bist tot. Drei von acht. Ich muss sagen, bis jetzt geht das Level eigentlich. Es ist nicht so beschissen, wie ich's im Kopf hatte. Oh, gehen wir noch nicht auf den Nerven, Junge. So. Sparks sammeln mal in etwas Gesundheit ein. Dann drüben sehe ich schon... Als ob der wirklich so hoch... Also noch so geradlinig auch schießt, ne? Ich mach's erstmal dicht kalt. Das müsste schon auch funktionieren. Und dann stirbst du. Genau. Ah, jetzt haben wir diesen PowerPoint aktiviert. Unsere PowerPoint-Präsentation. Und dann... Da drüben sehe ich nochmal so einen Kollegen, der rumfliegt. Das heißt... Das heißt... Munition schnappen. Und dann... Bitte bewegt dich nicht. Ah... Kann ich hier mal so einen Stein hinfliegen? Das wär so cool. Ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Die blöden Lavakröten haben die Knochen meines Freundes gestohlen. Hilf mir, ihn zusammenzusetzen. Dann ist er wieder lustiger. Alles klar. Du bist also das mit den Knochen. So. Kaputt. Da ist auch schon das Level-Ende. Spitzel, du hast es durch die Einöle geschafft. Ich wusste es. Es war dumm von Gronkh, gegen einen Drachen zu wetten. Nimm diesen Talisman als Dankeschön. Gib mal her, Kollege. Was gibt's denn? Einen Knochen. Ähm... Hier. Einmal verbrannt. Ah. Das gibt's auch wieder. Irgendwo in der Höhle. Oder das ist eine andere Höhle anscheinend. Also ich muss wirklich sagen, wenn man die Level wirklich nur einfach nur durchspielt bis zum offiziellen Ende, sind die halt nicht wirklich schwer, ne? Boah. Tja, Kollege. So, Knochen. Dann geht's hier rüber. Jetzt hab ich ihn schon gesehen. Kann man hier drauf springen? Alter, es geht wirklich heftig. Oh, oh. So, du bist auch gestorben. Ui, ui, oh. Nein, fuck. Aber es ist doch bestimmt hier so ein... Was... Genau. Das muss denn nämlich sein, weil sonst können wir ja auch schlecht... Erstmal wieder mal etwas Gesundheit holen. Sonst kann man ja schlecht die Steine einsammeln, wenn die in der Lava sind. So, gib mal etwas Gesundheit her. Hier hinten geht's auch noch irgendwo hin. Da ist ein Leben für uns. Ja, erstmal sich dumm anstellen. Das ist prinzipiell so. Und dann geht's noch da oben irgendwo hin. Das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Ach, da ist sogar eine Rakete. Ah, ich brauch mal ganz kurz dich. Reicht aus. Okay, alles klar. Noch einen nächsten Stein. Dann grob anvisieren. Noch einen Stein. Und der letzte. Das gibt einen Fähigkeiten-Punkt. Ist das interessant. Ich dachte, das wären die... Die... Kakteen gewesen. Ach, das gibt auch einen. Okay. Dann gibt's sogar zwei. So, die Rakete ist dorthin geflogen. Wo der... Wo das Steingefäß war. Der Rest ist alles oben. Sehr schön. Dann mach ich... Totales Mann. Da müssten auch schon fast alle... Edelsteine bei uns sein, oder? Ja, gut. Es fehlen noch 198. Die Frage ist nur, wo... Hier gibt's noch so einen Power-Punkt. Noch so eine Echse. Und noch ein paar Steine schon. 15 Stück. Okay. Das da oben, wo die Echse war, die haben wir auch. Dann gibt's ja eigentlich bloß noch... Ach, da oben. Das Maul ist doch bestimmt auch so ein Eingang, ne? Ja. Genau, alles klar. Ich hab's verstanden. Ach, da ist auch die... Uäh. Da ist noch der... Mit der vorletzte Dude, oder? Siebenjahr, der vorletzte Dude. Diese, äh... Warte-Zeichen-Vase. Wie haben wir die nennt? Geheimnis-Vase. Ich glaub... Ich glaub, die heißt geheimnisvolle Vase, oder so. Irgendwie sowas. Das ist jetzt bei der anderen Höhe, da beim Eingang, ne? Nice. Danke, Spyro. Jetzt kann ich meinen Freund wieder zusammensetzen. Nimm dies als Zeichen meines Danks. Eine Fee hat es mir vor einer Weile gegeben. Und dann, gib mal Ja, Kollege. Die Firma dankt. Wahnsinn. Der danst halt wirklich rum, Alter. Okay. Alles klar, Kollege. Da hat echt ein paar Moves drauf. Die noch die restlichen Steine holen, die man nicht mitgenommen hat, aus diesen Metall-Vasen. Ähm, ansonsten müsste hier auch alles dann sein. Dann gibt's dann bloß noch diese... Geheimnisvolle Vase. Ich nenn die jetzt mal so. Geheimnis-Vase, oder sowas. Äh, dann geht's zum Mauleingang der anderen Höhle. Da müsste dann der letzte dann sein. Oder der vorletzte. Das geht ja meistens zurück bis zum Anfang. Diese Vasen. Dann gibt's noch eine Aufgabe. Ja, die ist jetzt hier. Und dann... Ach, dort vorne, wo es... zu diesem... zu dieser Stein... zu diesem Steingefäß hochging. Muss das jetzt sein. Ähm. Hallo? Ah, hier. 400 von 400. Okay, da oben. Stimmt, da oben ging's weiter zur nächsten Quest. Jetzt haben wir zwei Kugeln. Spyro! Unser Dorf wird von Lava-Echsen überrannt. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine kleinen Freunde fressen? Ich lass die Brücke runter, damit du dort hinkommst. Dann mach das mal. Oh. Das Ding ist schon wieder so nervig. Okay, Nummer eins. Nummer zwei. So, wo sind die anderen? Oh, der letzte. Kannst du vergessen, Kollege. Gut gemacht, Grashüpfer. Nimm dieses glänzende... Ding als Hilfe für deine Reise. Alter, ich bin ein Drache und kein Grashüpfer. Oh, oh, da kommen noch mehr Echsenäuer von oben. Bist du bereit für eine neue Herausforderung? Ne, bereit. Nicht wirklich, aber komm, gib her. Ach, jetzt ist er hier drüben, der Typ. Ich war der Meinung, Alter, sobald du auch nur einen Schritt entgegen trittst... Alter... Okay, zwei mit einmal. Dort hinten... Ah, da hinten war noch... Ah, Mann, da hinten war noch einer gewesen. Ich stehe mitgenommen. Hätte Edmund sogar fast den First Trail geschafft. Ihr seid sehr erst dran, ihr zwei. Dann kommst du hier hinten dran, ne? Genau. Und du. Okay, das war einfacher, als ich dachte. Vielen Dank für die erneute Hilfe, Spyro. Das verdient noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht benutzen. Okay. Wie viele Kugeln haben wir jetzt schon? Schon 37. Das ist gar nicht mal so wenig, ne? Dann haben wir das Level auch schon komplett... Ich hab das echt beschissener im Kopf gehabt, als es dann tatsächlich war. Ach, Mensch. Ich bin eine Dummheit. Aber das mit den Echsen war, glaube ich, auf der Playstation 1, im Originalteil, wenn man im Startmenü vom Spiel war, also bevor man sein Savegame laden kann, gab's, also wenn nur, man muss, glaube ich, zehn Minuten warten und nichts tun, da hat dann irgendwann das Spiel so eine Demo gestartet, die man spielen konnte, oder die einfach nur so in einer Sequenz abgelaufen ist. So war es, glaube ich, eher. und da war, glaube ich, diese Mission war da drin. Jetzt würde ich mal sagen, wir haben alles gemacht, was es da gibt, ne? Und dann gehen wir mal zurück nach Hause. Mann, bist du bescheuert. ist klar mal kurz die kamera stibitzt kann man machen so dann haben wir jetzt noch die oase das komische wüstenteil bruch bruch dingsbums und magma kegel den namen konnte ich mir merken ich frage mich weil das kommt so dann machen wir als nächstes mal als nächstes den magma kegel ich glaube schon ja da haben wir jetzt die ganzen nervigen scheiß aufgaben weg der vordere der vordere abschnitte dieser heimatwelt ist auch komplettiert alle level hier draußen sind sind gemacht 100 prozent krass und dann gucken wir uns an ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten welches ich machen will mensch so wüsten palast das in meiner erinnerung irgendwie verwischt ich weiß noch dass es da irgendwie immer etwas mit bomben gab das ist noch so halbwegs im kopf geblieben mit den bomben das war mit super sprint scheiß das weiß ich noch auch irgendwie ganz grob ich würde sagen wir hier rein magma kegel 3300 edelsteine krass schon ein halbes vermögen spyro alter etwas getrunken für die stimme alles klar ach die stein dinger waren hier so langsam kommt wieder etwas hoch das meinsammeln und den typen quatschen hallo spyro du bist bestimmt wegen der party hier die fällt aus weil die doofen erdformer den vulkan ausgelöst haben hießen die nicht mal früher erdwürmer dem war glaube ich so ne die hießen mal anders hier hinten habe ich alles mitgenommen aber nicht da hinten so kann ich die die kann ich nur mal rammen ihr seid so nervig alter ja natürlich das war so klar so aber du stirbst jetzt ja die großen dinger die kann man wie waren die normalen also rammen ging nicht aber hier sehe ich nirgendwo ein super sprint aber da ist ein kreuz das heißt mein gehirn kommt jetzt auf die idee da drauf zu schubsen ich weiß nicht mehr ob das so war ich glaube erst mal schlagen lassen okay tatsächlich immer aufs kreuz mit den großen dingern da oben ist das später ja es ist nicht ganz so einebenig wie ich die welt gerne gehabt hätte dieses dieses level sondern es gibt tatsächlich mehrere ebenen so schön mhm fetzt das da ist noch so ein werfen oder scheiß spacken natürlich gib mir mal etwas leben also etwas hp ich war doch nun weit weg ja abrissbirne regel würde ich sagen ich sammle noch ein paar edelsteine schon ein und dann ist die folge auch wieder bald vorbei ne also eine einzelne so eine welt pro folge ist ziemlich gut ne zwei wären besser und das geht auch gerne ja da kickt wieder die 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 dummheit oder inkompetenz man kann sich's raussuchen okay die rampe wär ja gar nicht vonnöten gewesen da drüben ist noch was das hole ich mir noch schnell gut gleich mehrere ich will man das jetzt zählen sollen und dann würde ich sagen kurz speichern und dann sehen wir uns an dieser stelle auch beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt let's play spyro the reignited trilogy und tschüss